Hallo Leute, Trimax hier, zusammen mit meiner Freundin. Hallo! Wir sind gestern angekommen auf Fuerteventura, sieben Tage Urlaub. Gestern haben wir nichts mehr gemacht, haben nur ausgepackt, waren kurz am Strand und haben gegessen. Jetzt beginnt der erste richtige Tag und was haben wir heute vor? Ja, heute geht es auf die Katamaran-Tour. Wir sind auf der Suche nach Delfinen und ja, mal gucken, ob wir welche finden. Genau, wir nehmen die GoPro mit für Unterwasseraufnahmen, falls sich dort was bietet. Die Lege ist auch dabei, ihr habt euch Vlogs gewünscht und die wird es jetzt geben. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennt, dem Balkon, wo ich hier drauf bin. Wir sind ja schon wieder auf Fuerteventura. Da war ich ja auch, ich glaube, genau 368 Tage her ist das Ganze, dass ich hier stand und mein 10.000 Abonnenten-Special gedreht habe. Ich kann ja mal das Video in die Beschreibung packen, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Video schon kennt, ob ihr schon so lange dabei wart oder halt nicht. Und schreibt mal in die Kommentare. Musik 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 So, die Tour geht jetzt los Es ist heute sehr, sehr windig Aber es ist trotzdem sehr gutes Wetter und Sonnenschein Und wir sind hier zu Bord nur mit 10 weiteren Gästen Also alles hier sehr eine kleine Runde Geht schon los? Geht schon los, ja Wir werden jetzt die nächsten 4 Stunden hier auf dem Boot verbringen Zwischendurch machen wir noch einen Badestopp Es gibt Buffet Und ja, alles all inclusive hier Ist eine gute Sache So, wir sind jetzt angekommen Wir wurden zwischenzeitlich richtig nass Weil es doch ein sehr, sehr starker Wellengang war Und wir hier vorne in den Netzen gelegen haben Jetzt machen wir hier einen Stopp Buffet wird aufgebaut Hier gibt es sogar noch ein Speedboot hinten dran am Katamaran Das können wir auch noch fahren Ich nehme eine GoPro mit Schnorcheln können wir hier auch Müssen wir mal schauen Was wir alles in der kurzen Zeit hier schaffen können So, wir sind jetzt unterwegs Wir durften uns das Speedboot ausleihen Ich bin noch nie in meinem Leben Boot gefahren Mal gucken, wie geht Natürlich Steuerung, keine Ahnung Das ist nur die Kamera Und wir fahren mal ein bisschen rum Ich bin noch nie in meinem Leben Ich bin noch nie in meinem Leben Aber die Sendung wird Ich bin noch nie in meinem Leben Ich bin noch nie in meinem Leben Musik Musik Wir sind wieder an Bord Wir waren gerade dieses kleine Schlauchboot gefahren War richtig witzig, sind jeder mal gefahren Das war das erste Mal überhaupt, dass ich Boot gefahren bin Und jetzt gibt es hier Mittagessen Und das kann ich auch mal filmen Das Buffet Musik 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 Wir sind mittlerweile wieder zu Hause Es gab ja noch Essen an Bord Das habe ich ja auch noch mal für euch gefilmt Wie fandest du das Essen? Sehr gut War echt lecker Wir waren jetzt auch noch einkaufen Damit wir Essen haben für die Tage Jetzt Weiß ich gar nicht, was wir machen Wir gehen vielleicht noch mal runter an den Strand Wir sind wieder unterwegs Wir wollten ja eigentlich noch mal an den Strand Da wollten wir jetzt aber doch nicht mehr Wir waren doch recht müde Das Wetter ist auch jetzt nicht so gut Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir erstmal ein Eis essen gehen Ja, jetzt geht es doch zur Eisdiele erstmal Und mal gucken, wo es dann hingeht Und heute Abend grillen wir noch Das ist der Plan für heute Musik 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 Bei uns ist es mittlerweile abends Wir haben lecker noch gegrillt, vor allem vorher einkaufen Und jetzt ist es um 10 Uhr Ja, wir waren eben noch ein Cocktail trinken Wir ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus Genießen den Abend Und morgen haben wir geplant, dass wir relativ früh aufstehen Der jaulte da Ja, der will wieder rein Ist auch dabei Genau, morgen gehen wir zum Sport Okay, das ist jetzt sehr windig Ich glaube nicht, dass man hier noch was hört Wir hatten ja auch einen laufenden, das war der Vlog für heute Und wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Tschüss